Ich denke einfach mal, neue Leute kennenzulernen, mit denen gute Zeit zu erleben und letztendlich das Studium erfolgreich abzuschließen. Feiern? Weiß ich noch nicht. Ist mein erstes Studium, aber ich denke mal, das Miteinander. Das sind natürlich die Studentenrabatze. Semesterpartys. Ich werde zu Hause lernen, in der Gruppe lernen. Ich freue mich besonders darauf. Die Feiern, die Selbstständigkeit, Lernen, Abschluss. Der Gratis-Café? Keine Ahnung. Ich weiß eigentlich noch nicht, was mich so erwartet. Der Abschluss vielleicht wird das Coolste. Das Auslandssemester. Auf jeden Fall, das soll Trinken sein. Das selbstständige Leben und selber zu entscheiden, was man schafft und was man nicht schaffen kann. Ich glaube, dass man viel erlebt und viel lernt und vielleicht Freunde fürs Leben findet oder so. Ich denke erst mal, viele neue Freunde kennenzulernen und mit denen sich auszutauschen und neue Freundschaften leben. Leute kennenlernen, einen saufen gehen, studieren, was lernen. Boah, die Semesterferien. Bier trinken. Was das Coolste am Studentenleben wird, einfach neue Leute kennenzulernen und was Neues zu lernen und die Partys halt.